heute zeige ich euch mal mein camp welches ein komplettes dorf darstellt mit fünf gebäuden und ich hätte wahrscheinlich sogar noch ein sechstes hin gebracht hätte ich das motor ein kleines bisschen kleiner gebaut nichtsdestotrotz würde ich sagen wir schauen uns das ganze einmal an wie ich das gebaut habe was ich gebaut habe und in diesem sinne heiße ich euch recht herzlich willkommen liebe voltbewohner und ödlandbesucher zu einem neuen video hier auf meinem kanal ja hier befindet sich mein camp nicht weit entfernt vom wayward das word ist ja hier da ist mein camp und ja so sieht das ganze aus erstmal hier wenn man von der straße hier von volt 79 runterkommt und man sieht auch hier naja ich bin ja schon mit dem spielbrett seit einer weile durch ja der gute hundi wuffi wuffi der fetch der läuft hier rum und der sammelt für mich natürlich fleißig sachen ein so gehört sich das ganze natürlich werden die spieler hier gleich mal willkommen geheißen mit einem der camp you can probably trust schild und man sieht hier auch direkt hier auf der linken seite habe ich drei gebäude hier auf der rechten seite habe ich zwei gebäude da fangen wir hier auf der linken seite einmal an wir haben hier einmal den shop gehen wir einmal rein ja und nicht wundern ja da hat mir jetzt ein spieler was hingeschmissen ja verdorbenes gemüse sehr gut ich musste halt ein bisschen sparsam sein was dekoration angeht musste ich halt ein bisschen gucken ich habe aber noch ein bisschen baubudget übrig wenn ihr jetzt mal oben rechts seht so ein ganz ganz kleines fitzelchen ist noch übrig vielleicht kann ich da noch das ein oder andere irgendwo hin machen ja das ist auf jeden fall so der shop ich habe nur einen automaten wackelpuppen habe ich hier noch nicht alle aber gott magazine auch nur so ein paar ist halt immer alles so eine sache wackelpuppen ich hatte ich hatte mal alle wackelpuppen dies gab und dann habe ich angefangen die zu konsumieren für eine für die challenge damals und ja gut hier natürlich der wahrsage automat um natürlich das glück noch mal ein bisschen zu heben gut cool betrieben werden die gebäude übrigens alle mit solarenergie nur dass ihr mal da bescheid wisst in der hinsicht so dann haben wir hier das motel und das ist das gebäude wo ich gemeint hatte hätte ich das vielleicht nur ein stockwerk groß gebaut statt zwei stockwerke dann hätte ich wahrscheinlich sogar noch platz für ein weiteres gebäude gehabt hier kommt man schön rein kann man fernseher gucken hier ist übrigens auch die kochstation dass man kochen kann kühlschranken platz zum hinsetzen da hinten unter der treppe waschmaschine und trockner natürlich wichtig dass man auch seine klamotten waschen kann hier oben noch ein kleiner balkon dass man hier so eine kleine übersicht hat dass man sich abends mal raus chillen kann da vielleicht noch eine sitzgelegenheit hingepackt wie gesagt baubudget ist sehr knapp dieses licht funktioniert nicht warum funktioniert das licht nicht wahrscheinlich weil die stromleitung nicht bis dahin geht und natürlich der schlafbereich sehr gemütlich eingerichtet mit fenster mit ausblick auf das dörfchen und wie gesagt campujay 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 deswegen ja dekoration so ein kleines bisschen sparsam gut die eine lampe werde ich nachher dann oben abreißen weil die leuchtet ja sowieso nicht zweistöckiges auto finde ich ist eine feine sache kann man sich können so dann haben wir natürlich auch noch eine krankenstation hier geht es zum dog zur doktorin in diesem falle das ist ja bei mir die gute ach wie heißt sie noch hier da gäre der commander ja hier in ihrem office in ihrem untersuchungszimmer ja hier haben wir dann halt eben auch noch die dusche um mutationen weg zu packen den wartebereich ja hier können dann die patienten warten und dann natürlich noch krankenzimmer a1 und a2 auch sehr spartanisch eingerichtet aber es reicht um kranke zu versorgen das auf jeden fall meine lieben freunde ja sind auch simultan aufgebaut also das eine zimmer wie das andere nichts besonderes fehlen jetzt halt noch ein paar katzenbilder an der wand ja um die patienten etwas zu beruhigen was ich an diesem blockhaus nicht so geil finde ist dass ecken die sich nach außen wölben nicht richtig miteinander abschließen das finde ich irgendwie ein bisschen komisch als ich habe da sehr viel rum experimentiert viel gemacht ich weiß auch nicht ob ich die wände vielleicht falsch rum gedreht habe aber das ist schon das ist schon komisch das ist irgendwie komisch aber gut das ist halt ebenso ja ja und das ist so ein ding das nervt mich an den npcs die kriegen es zwar hin die tür auf zu machen und raus zu gehen aber die tür zu schließen das ist irgendwie das hat befestern und nicht hinbekommen den beizubringen okay dann gehen wir weiter zu work ja das ist natürlich die werkstatt hier kann man bauen hier kann man craften natürlich hier mit der bastelwerkbank und der rüstungswerkbank die kennt ihr schon aus dem ein oder anderen video von mir dann natürlich auch noch die special machine die lochmaschinen karte um seine special werte ein bisschen zu bearbeiten und dann kommen wir hier rein ja und das ist dann quasi die werkstatt und hier habe ich natürlich eine puppe stehen mit einer rüstung ganz klassisch hier auch den power rüstungsstandard der müsste noch mit strom versorgt werden aber das finde ich jetzt irgendwie nicht so wichtig ich finde ich finde das so ganz gemütlich ich mache mal die musik ein bisschen leiser das ist ja sehr laut hier für mich so power rüstungsstandard also die power rüstungsstation muss inmitten des raumes stehen sonst packt das hier rum und man kann nicht richtig an der power rüstung arbeiten finde ich aber eigentlich nicht schlimm finde ich eigentlich ganz cool so und hier natürlich auch noch die laborstation die hätte jetzt eher in ins krankenhaus reingepasst aber das wäre jetzt platztechnisch nicht so geil gewesen deswegen habe ich das mal so gelassen und finde das eigentlich auch gar nicht so schlimm natürlich auch man beachte in den gebäuden auch immer passende bilder an der wand hier zum beispiel so mit waffen und sowas ja nuka cola nuken und so weiter so drüben im krankenhaus natürlich immer so erste hilfe dinge das zeige ich euch jetzt gleich noch mal also das sind so kleine details hier zum beispiel ne have you take your medication today oder hier clean 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 lines is good lines oder wie das ausgesprochen wird also immer schön passend stay fit stay focused ja körperliche fitness da rät natürlich jeder arzt dazu und zu guter letzt ja das was ich jetzt erst gebaut habe ist natürlich der barbecue diner hier so ein bisschen mit einer kleinen terrasse mit dem barbecue grill von brahim oder brahim barbecue grill und innen drin habe ich noch keine beleuchtung gemacht fällt mir gerade ein da muss ich noch eine lampe an die decke schrauben das mache ich dann noch ansonsten hier natürlich kann man seine burger genießen ein bisschen werbeplakate bisschen geschmückt so ein bisschen kuddelmuddel so wie man das eigentlich gewöhnt ist ein billiardtisch zum entspannen mit den freunden ein bisschen spielen hier die bar und hier natürlich dann auch die braustation und der gärbottich damit man hier auch immer schön fleißig einheben kann wie gesagt eine lampe müsste ich hier noch rein bauen das ist mir gerade eingefallen das habe ich wohl anscheinend vergessen ja und das ist so quasi mein haus und tatsächlich die red dusche die braucht halt tatsächlich so viele sonnen kollektoren die sind halt wirklich tatsächlich nur dafür da um dieses eine ding da die die dusche da drinnen zu bewirtschaften und mir wurde auch schon gesagt menschen macht doch ein schalter hin dass du die dusche ausmachen kannst ich finde das aber irgendwie cool wenn hier so ein bisschen bewegung drin ist wenn es leuchtet wenn hier irgendwas ist was funktioniert wisst ihr so man kommt hier so rein und da ist gleich schon hier so dieser nebel ich finde das eigentlich ganz cool deswegen habe ich auf einen schalter komplett verzichtet weil das bringt irgendwie so ein bisschen leben in die bude rein ja der barbecue diner werkstatt spital hotel und ein shop und hundehütte natürlich ja das ist mein kleines dorf und ich finde dass diese location eigentlich auch ganz cool ist weil hier hat man halt direkt 55 häuschen stehen dann da hinten die brücke dann gleich das word mit dran so dass das das ist irgendwie sehr stimmig das kommt so ein bisschen rüber als wenn das hier alles so zusammen gehören würde und ja dann werde ich mich jetzt bald dem nächsten meinem nächsten projekt widmen das wird dann irgendwie so ein halloween dörfchen oder irgendwie sowas halloween mäßiges sein denn halloween steht ja auch schon vor der tür und dann danke ich euch jetzt recht herzlich für eure aufmerksamkeit ich wünsche euch viel spaß beim zocken guten loot macht nicht zu viel blödsinn wir sehen uns im nächsten video servus und ciao ja 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 Vielen Dank.